Guten Tag liebe Zuhörer. Nie zuvor waren die meisten Menschen reicher und freier als in den letzten Jahren in Europa. Urlaub und Reisen, das war für viele Menschen der Mittelpunkt ihres Lebens, bis das Coronavirus kam und die ganze Welt mehr oder weniger lahmgelegt hat. Uns geht es zwar statistisch gesehen so gut wie nie zuvor, doch unsere Sorgen und Befürchtungen, die richten sich auf die Zukunft. Unsere Gesellschaft, in der wir leben, ist eine chaotische Gesellschaft geworden und das kann uns trübsinnig und ängstlich machen. Denn wir leben in dieser Welt. Und die Zustände werden auch immer schlimmer. Wenn man unsere Welt anschaut, den Zustand Krieg, Terroranschläge, Gewalt, sinnlose Gewalt und jetzt auch noch diese Corona-Pandemie, das kann schon uns Angst machen für die Zukunft. Und man kann erkennen, dass sich unter den Menschen eine gewisse Art von Angst oder Orientierungslosigkeit breitmacht. Besonders bei den jungen Menschen ist das zu erkennen. Viele Menschen wünschen sich Frieden. Ja, sie wünschen sich aufrichtig den Frieden. Aber den Weg, der dorthin führt, den wollen sie nicht gehen. Und der Apostel Paulus hat das beschrieben in seinem Brief an die Gläubigen in Rom. Das können wir lesen in Römer 3, Verse 14 bis 17. Ihr Mund ist voll Fluch und Bitterkeit, ihre Füße eilen, Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Ja, ein Leben ohne Gott ist letztendlich sinnlos. Und warum kennen die Menschen den Weg zum Frieden nicht? Der nächste Vers gibt uns die Antwort. In Vers 18. Da lesen wir, es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Ja, das ist der Grund. Es ist keine Gottesfurcht unter den Menschen. Und darum kennen die Menschen den Weg zum Frieden nicht. Weil die Menschen den Lebensweg Gottes ablehnen, denn Gott uns in der Bibel offenbart. Nun, was die Menschen brauchen, ist Hoffnung. Hoffnung für die Zukunft. Der Psychologe Dr. Bernie Zilbergeld schreibt in seinem Buch und er bringt es auf den Punkt in seinem Buch The Shrinking of America. Sinngemäß übersetzt würde es bedeuten Das Schrumpfen von Amerika. Und er schreibt von den Konsequenzen eines Lebens ohne Sinn. Und ich zitiere aus seinem Buch. Wenn uns der Sinn fehlt, der entscheidende Leitfaden, der uns Orientierung und Halt gibt, dann stört uns alles und jedes. Mit nichts können wir uns mehr abfinden. Es gibt Ärger bei der Arbeit, Probleme mit den Kindern, Enttäuschungen jeder Art, weil uns der Zusammenhang oder die Perspektive fehlt. Kleinigkeiten gewinnen eine übertriebene Bedeutung, weil wir sie nicht mehr in einem Zusammenhang stellen können. Ja, das erklärt die vielen Fällen von sinnloser Gewalt und Terroranschlägen, von denen wir in den letzten Jahren oft gehört haben. Nichts können die Menschen mehr sinnvoll sinnvoll lösen, weil sie in ihrem Leben keine Perspektive haben. Sie erkennen keinen sinnvollen Zusammenhang mehr in ihrem Leben. Aber jene Menschen, die sich nach dem Wort Gottes der Bibel richten, die verstehen, warum und wofür sie leben. Es fällt ihnen leichter, mit den Schwierigkeiten, des Lebens fertig zu werden. Jesus Christus sagte zu seinen Jüngern, und wir lesen das in Johannes 16 und in Vers 33, Ja, und durch diesen Frieden sind wir geborgen in Jesus Christus. Erst durch Gott wird das Leben richtig wertvoll. Es gewinnt Inhalt und Wert. Den Menschen fehlt der Sinn und Zweck des Lebens. Ohne ihn finden sie sich nicht zurecht. Und das ist der Fluch unserer unmoralischen Gesellschaft. Der Lebenssinn ist den Menschen verloren gegangen. Was die Menschen brauchen, ist Hoffnung, die ihnen die Angst vor der Zukunft nimmt. Gottes Wort zeigt uns die Hoffnung, die die Menschen brauchen. Die Botschaft Jesu Christi, die gute Nachricht vom Reich Gottes, diese Hoffnung braucht die Menschheit. Und diese Hoffnung bewirkt eine Lebensveränderung in jeden Menschen, der an dieser Hoffnung festhält. Der Apostel Johannes schreibt in seinem Brief, und wir können das lesen in 1. Johannes 3 und in Vers 3, Ja, wir können die Entscheidungen von gestern nicht mehr rückgängig machen. Aber wir können die Zeitung von morgen noch zum Positiven ändern. Der Glaube an Gott und sein Wort ist in der Lage, unsere Angst vor der Zukunft zu überwinden. Auch Sie brauchen keine Angst vor der Zukunft zu haben, wenn Sie auf die Hoffnung schauen, die Gott uns in seiner Wort offenbart. Denken Sie darüber nach. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.